Dieses hier angebotene modernisierte Siebenzimmer-Einfamilienhaus ist ab dem 7. April 2014 zermiete frei. Es befindet sich in Treusdorf. Das im Jahr 1960 erbaute Objekt verfügt über zwei Etagen. Es wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 670 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von 220 Quadratmetern auf. Die Kaltmiete der Immobilie beläuft sich auf 1150 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.